Vertrauen ist gut, doch Kontrolle ist besser. Anhand dieser vier Anzeichen erkennst du, ob du manchmal etwas zu leichtgläubig bist. 1. Du lässt dich von anderen leicht beeinflussen. Lässt du dich von anderen Menschen schnell zu etwas überreden oder passt ihretwegen deine Meinung an? Wenn andere leicht auf dich einreden können, stellst du für potenzielle Trickbetrüger und Co. ein einfaches Ziel dar. Deine Schwächen können so schnell ausgenutzt werden. 2. Du vertraust Fremden schnell. Jemandem schnell zu vertrauen ist eine schöne Charaktereigenschaft, doch sie kann dich auch in potenzielle Gefahren bringen. 3. Du gehst schnell finanzielle Risiken ein. Wenn du immer öfter Impulsivkäufe tätigst und dein Geld praktisch aus dem Fenster schmeißt, kann das schlimme finanzielle Konsequenzen mit sich ziehen. Und 4. Du überprüfst Informationen nicht. Gerade in Zeiten von Social Media und Co. sollte man den Dingen nicht sofort seinen Glauben schenken, sondern den Quellen auf den Grund gehen. Wenn du dich in diesen Anzeichen wiederfindest, solltest du in Zukunft vielleicht etwas vorsichtiger und achtsamer sein.